Hi, mein Name ist Seven. Willkommen auf meinem Kanal. Es soll jetzt in diesem Video um die neue, neue, um die etwas überarbeitete Panigale V4 gehen. Ich habe mir dazu ein paar Berichte von der EICMA anschauen können. Ich war auf der EICMA per Livestream dabei. Ich war sehr verwundert, aber dazu wird es ein extra Video geben, was ich eigentlich sehr cool fand auf der EICMA und was ich weniger cool fand. Was Neues kommt. Ich möchte auch ein bisschen über Elektro reden. Jetzt möchte ich eben über die Panigale V4 reden, die ich einfach ein absolut krasses Bike finde. Also unglaublich arg, vor allem Rennstrecken mäßig und was Ducati da macht. Und ich glaube, jeder, der meinen Kanal kennt oder bereits abonniert hat, weiß oder man sieht es vielleicht auch ein bisschen. Ich bin KTM-Fan und mich wird jetzt nichts Richtung Ducati bewegen, aber ich finde das Bike einfach wunderschön. Und auch das, was sie technisch machen oder gemacht haben letztes Jahr, also die letzten Jahre, ist unglaublich geil. Und jetzt 2022 ist das Ganze, diese Rakete noch mal überarbeitet worden. Und wie genau das ausschaut, das möchte ich euch in diesem Video weiter einfach erklären. Ducati hat folgendes gemacht und einfach sehr viele Eindrücke aus der Superbike-WM in dieses neue, es ist eben kein neues, in dieses überarbeitete Bike neue Sachen einfließen hat lassen. Und die bewegen sich eigentlich in diesen Hauptpunkten von Aerodynamik, Fahrwerk, Elektronik, Ergonomie und es wurde auch eben ein bisschen was in der Motorhardware getan. Das Grund, das Grundbewegende, was dann passiert ist, ist, sie wurde etwas neu beflügelt, wie man so schön sagt. Und zwar, es kamen auf den Seiten, dass ihr jetzt auch dann in Bild sehen werdet, einfach neue Flügel drauf. Und zwar diese neue Flügel bewirken, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, ab 300 kmh bewirken sie einen erhöhten Anpressdruck von 37 Kilo. Dazu kommt, dass unten in den unteren Bereich neue Schlitze eingearbeitet wurden, wodurch die Wärme besser abgeleitet werden soll. Und nicht nur, dass das bei der Aerodynamik schon eigentlich ein ziemlich cooler Schritt ist, wurde die Sitzbank auch einfach dünner gestaltet, sodass der Fahrer leichter nach hinten sich bewegen kann und somit nahm auch das gesamte Volumen um ein Liter zu. Gleichzeitig ist jetzt auch der Hang-Off wesentlich besser möglich, laut Ducati. Und die ersten Bilder, die man hier so sieht in Hang-Off, schauen auch schon richtig sexy aus, wie ich finde. Also nicht nur, dass Ducati etwas in der Aerodynamik gemacht hat, nein, natürlich kam auch am Motor etwas Neues. Und zwar unter anderem haben sie die Öldruckpumpe angepasst, beziehungsweise verändert, sodass die nicht mehr so viel PS abzwackt. Des Weiteren haben sie die Gänge 1, 2 und 6 länger übersetzt, um hier einfach in den engeren Kern oder engeren Kurven auf der Rennstrecke, um einfach hier mehr Leistung zu erzeugen. Das, was zusätzlich noch dazu kam, ist, dass diese 216 PS, die sie jetzt tragen soll, also es sind 215,6 PS circa, soll bei 13.000 Umdrehungen pro Minute stattfinden und die Newtonmeter von 124 beziehungsweise 123,6 PS, wenn man ganz genau sein will, sollen bei 9.500 Umdrehungen erreicht werden. Und das Ganze gibt Ducati an mit der Euro 5 Norm. Und zu diesen ganzen Leistungen, die eh schon abartig sind, soll die ganze Ducati auch noch ein guter 5 kmh schneller sein. Nicht nur, dass am Motor einiges getan worden ist. Nein, es gibt auch einen neuen Mode, der heißt Low Mode und drosselt das Motorrad auf 150 PS herunter. Alle vier Modis wurden auch komplett neu kalibriert gegenüber des Vorgängers. Und für unsere Rennfans gibt es von Akrapovic einen Titan Sportauspuff, der unterm Heck sitzt, der soll fünf Kilo weniger haben, haut die ganze DB-Zahl auf 105 ohne DB-Killer drauf und auf 102 DB mit DB-Killer. Das Ganze hebt auch um 12,5 PS das Motorrad an und um sage und schreibe 8 Newtonmeter. Das heißt, wir haben dann 131 Newtonmeter, was dieser Auspuff dann bewirkt. Zusätzlich gibt es für die absoluten Rennfans auch einen Sportauspuff aus Titan, der weiter unten sitzt. Das heißt, das geht dann eher unten raus beim Motorrad. Der spart ganze 6 PS. Ist auch etwas lauter, nämlich um 107 DB ohne DB-Killer. 105 mit DB-Killer und hat aber die gleichen Leistungswerte. Die V4S wird jetzt auch mit einer voll elektronischen Öhlins-USD-Gabel mit 125 Millimeter ausgestattet. Das sind plus 5 Millimeter gegenüber den Vorgänger. Zusammen mit der geringeren Gabelfederrate soll sich das ganze Bike in härteren Manövern noch besser kontrolliert und noch feinfühliger steuern lassen. Damit das Ganze auch richtig zusammenarbeitet, muss natürlich auch das hintere Federbein angepasst werden und auch das hat Ducati getan und zwar wurde der Schwingendrehpunkt jetzt um 4 Millimeter erhöht. Damit das Ganze auch richtig rund läuft, wurde die Traktionskontrolle auch angepasst an der V4S. Und wie es einfach so bei den Motorrädern ist, darf natürlich das DFD-Display nicht fehlen. Hier wurde einfach ein bisschen mehr hineingesteckt, es ist ein bisschen größer und es bietet nun auch Bluetooth-Konnektivität, was ja in der heutigen Zeit schon fast jedes Motorrad hat. Und jetzt stellt sich mir noch, jetzt stellt sich euch wahrscheinlich nur noch mehr die Frage, ja was wird das ganze Ding ungefähr kosten? Ich kann es von Österreich derzeitig noch nicht sagen, aber rechnet es mal mit gut 17, 18 Prozent mehr. In Deutschland wird sie normale Panigale V4 mit knapp 24.000 beschildert und die Panigale V4S, naja da sind wir bei 30.000. Also wenn man so von den österreichischen Preisen ausgehen möchte, schätze ich mal die kleine, unter Anführungszeichen, Panigale wird so ungefähr bei der 26, 27 liegen, beziehungsweise dann die große S mit allen Schnickschnack, den ich jetzt so erwähnt habe, vor allem im Bereich Fahrwerk und den Abstimmungen, ja da wird man schon ungefähr bei 34.000, 35.000 liegen. Ja das war es von der neuen Panigale V4, V4 die kleine Version, V4S die große Version, da hat sich ein bisschen was getan bei Ducati, ich finde das Bike einfach saugeil, es schaut richtig cool aus, das sage ich als KTM Fan, aber es ist so wie es ist, sie ist einfach geil. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bitte bleibt in dieser schwierigen Zeit gesund und ich wünsche euch frohe Weihnachten schon vorweg, sollte kein Video mehr von mir kommen, genießt sie Weihnachtszeit und vor allem genießt sie mit euren Freunden, euren Liebsten und habt eine gute Zeit. In diesem Sinne alles Liebe, euer Seven. Amen. 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 Amen.